So, ich wollte mich mal angucken. Ich habe mich nämlich geschminkt. Ich finde es so komisch und es ist so ungemütlich und es ist total schwül heute und es ist richtig schlimm. Ich möchte mir das gerne alles wieder sofort abwaschen, weil es fühlt sich gar nicht gemütlich an. Wir gehen jetzt zum Farmers Market. Da gehen wir jetzt hin und ja, ich brauche ja wieder Obst und Gemüse. Nice. Ja, Obst und Gemüse brauche ich. Uschi brauche Essen. Oh, die. Ups. Die könnten wir auch nehmen. Ja, Baby. Ja, das machen wir. Wir gehen zum Farmers Market. Der Willi, die Lena, die Läger, die Ossi und ich. Wo ist meine Tasche? Die hatte ich auch schon. Ja. Das machen wir. Schlüssel. Wo ist denn der Danny, Lena? Sind wir alle ready? In den Regen hinaus? Seid ihr fertig? Ach, jetzt spielt ihr ja toll. Ja. Toll, dann können wir es auch nicht mehr wegpacken, ne? Dann kriegt die Ossi einen hysterischen Anfall, wenn sie in ihrem Spiel gestört wird. Na ja, okay. Wollt ihr nochmal meinen Garten sehen? Guck mal, hier habe ich Kale gepflanzt. Hier die Paprika weiter. Sie produzieren und produzieren. Hier weiß ich immer noch nicht, was es ist. Aber es wächst. Hier ist der abgeschnittene Moringa. Und dann hier. Das hier sind die Samen davon. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch gut sind. Also wenn die braun sind, auf jeden Fall, kann man damit ja Wasser filtern. Und überhaupt. Also dann, das lag auf dem Müll. Ich habe hier diesen Stamm. Diesen Stamm. Ja, ja. Okay, aber warte mal. Wo ist denn der Opa? Ja. Auf dem Müll hat der Willi, hat es erkannt. Er hat gesagt, ey, da liegt ein Moringa ja auf dem Müll. Und ich so, was? Dann holen wir uns noch einen Stamm. Dann habe ich diese Dinger. Also ich werde die jetzt mal trocknen. Vielleicht werden die ja dann auch so braun, ne? Auch wenn sie mich am Baum hängen. Hier sind noch ein paar Blätter. Ich hatte ja gerade für den Ivan so einen Haufen. Ich habe das schon alles so klein wie möglich gequetscht. Und habe ihr hier ein Päckchen gemacht. Ein schönes. Ganz leicht. Ich bin mal gespannt. Das wird dann bestimmt sehr jünstig sein. Ja, da habe ich ihr Moringa und Papaya Blätter reingemacht. Die schicke ich ihr. Das kann sie dann als Tee oder auch in Smoothies kann man das hier reinbröseln. Ja, ansonsten wächst es hier alles so. Und hier, da, da, kommt jetzt endlich ein Turmeric-Pflänzchen, Kurkuma. Weil das dauert so lange. Der Ingwer kommt hier jetzt auch endlich raus. Das hat auch lange gedauert. Das hier ist Talzi. Das wächst immer gut. Der Fenchel wächst auch echt schön. Und hier kommen jetzt schon die Blüten. Da ist eine offen. Wunderschön. Da, 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 da. Überall kommen die. Und ich freue mich. Aber das dauert noch. Also bis zum Sommer dauert das, bis man die essen kann. Ja. Hier, das ist so ein paar, so kleine Pepperschötchen. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Und hier ist jetzt so ein Stamm. Das hatten wir ja bei dem anderen auch. Den habe ich ja auch abgeschnitten. Und mal gucken. Hier kommt schon wieder Neues. Das habe ich vor zwei Tagen abgeschnitten da. Das wächst so schnell. Das ist echt toll. Ich freue mich voll. Ja. Ihr Lieben, jetzt sind die hier fertig. Jetzt gehen wir. Jetzt muss ich noch warten, wo mein Ehemann ist. Ist der Opa oben? Ja. Okay, dann. Let's go, everybody. Und sie, bist du ready? Ja? Wollen wir jetzt gehen? Sieht richtig cool aus. Richtig cool, mein Schatz. Mama. Mama. Die Mama probiert die Hosen an. Ihhh. Mama. Ich nehme die Hosen an. Ich nehme die Hosee und michein. Was ist das denn? Guck mal hier, so ein Spiegelchen, das finde ich ganz schön, aber ist so fett, ne? Warten! Das ist Happiness? Ja, das wird davon sehen. Man weiß nicht, das kannst du schon in Japanes. Nein. Was heißt das? Wenn das Happiness ist, was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Oh, nicht. Echt, kannst du das erkennen? Also ich weiß, dass der Fonsi neulich sowas gemalt hat, aber ich... Hab keine Ahnung. Wie wird das? Wie viel? Ne, also kaum. Wow. Ich bin. Ich bin. Ich bin. In der Mitte. Ich bin. Ich bin. Jetzt bin ich ein. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. 楓. Guck mal hier, ein Jeans, ein Shower-Cram. Ist das richtig, ne? Unserer ist ja gar kein Shower-Cram. Hör mal auf, den hat der Opa sich ausgesucht. Gib mal her. Doch, ist er das nicht? Wo ist denn da ein Hut? Nicht hier. Guck, zeig dich mal. Nice. Brauchst du ein Gürtel oder was? Ja. Wofür denn? Ich finde den schön, den könnte ich dann auch mal benutzen. Weil manchmal brauche ich auch ein Gürtel und ich brauche, wir haben ja so unterschiedliche Größen und das, äh, wie geil. Was kostet denn das? Das ist ja eine mega geile Mütze. Was kostet denn? 3,99 Euro. Oh, ist die geil. Ich glaube, die bringe ich dem Anu mit, anstatt diesen blöden Dinosaurier. Ich hasse eh Dinosaurier. Das machen wir. Das ist für ein Anu. Weil damit wird der so geil. Guck mal, die bringe ich dem Anu mit. Guck mal. Mega, oder? Lass mal diesen doofen Dino da unten rausfischen. Oder können wir den dann an der Kasse noch weglegen, ja? Und passt alles Lähnchen? Ja. Guck mal, die guckt auch so, wie die, die das singt. Guck mal, nee, ich will jetzt mal sehen. Kennst du die? Schuhchen wolltest du haben, aber die werden auch bezahlt, ne? Mega hässlich. Zeig mal. Mega hässlich. Bedazzle. Bedazzle, bedazzle. Und total schwer und unbequem. Sie leuchten. Wie sie leuchten. Warte mal. Sie leuchten. Okay, okay. Wir kaufen sie. Wir kaufen sie. Sie braucht sie. Weil das müssen wir sehen, wenn sie dann im Dunkeln da rumläuft, ne? Hier gibt's Bücher, aber ich hab keine Brille dabei. Ich kann jetzt nicht gucken. Hä? Nee, wozu denn? Brauchst du sowas? Schick, ne? Ist ja echt totschick, nur hier ist zu heiß. Aber totschick. Guck mal, wie fein, Willy. Mit Pilotenuniform. Sieht doch geil aus, ne? Oh, die sind auch schön hier. Diese Navy-Dick. Ups. Aber hier ist es viel zu heiß für diese Sachen. Weißt du? Ja. Zu heiß für sowas Schickes. Okay, ihr Lieben. Dann bezahlen wir jetzt mal und dann packen sie ins Auto. Da müssen wir auch noch immer zum Farmers Market. Da waren wir immer noch nicht. Come on. Die sind doch viel zu klein. No, you're not. So. Ich habe gekauft für die Layla sowas hier. Ich weiß nicht, was das ist. Hat gekostet 8 Dollar. Und zwar, da habe ich ihr noch was zum Geburtstag geschuldet, weil ich hatte keine Kohle an ihrem Geburtstag. Und dann hat sie ja nur diese kleine Finne. Dann, der Moussi ist jetzt ohne Nuckel. Und da habe ich ihm das hier gekauft. Ich hatte gesagt, was Kleines. Aber das war auch 7,99 Dollar. Und das findet er bestimmt richtig geil. Das ist ein Flipper-Ding. Das macht auch nur so Geräusche. Und das ist richtig cool. Hier oben zählt das dann. Können die zusammen spielen, der Anu und der Moussi. Dann, diese geile Mütze. Für den Anu. Weil die finde ich einfach nur mega. Und weil er ja bestimmt neidisch ist, wenn beide was kriegen und er nicht. Die hier. Also die würde ich am liebsten gleich anziehen. Um eine geile Leck zu sehen. Okay, kann man sein. Zwei geile Aloha-Shirts für den Willi. Und das hier. Ja, den Hut habe ich ja eben schon gezeigt, mein Schatz. Und hier nochmal so im 70er-Jahre-Glanzstoff. Ganz sexy. Schick, ne? Schick. Ich weiß nicht, was hat das gekostet? Reiß ich mal. Auch so 7,99. Alles kostet 7,99, glaube ich. So, dann hier. Echte Glühbirnen. Echte, echte. Was haben die gekostet? 4, 3 Dollar für 4 echte, echte Glühbirnen. Unvergiftete. Guck mal, ich wollte ja schon immer mal einen Saft da haben. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne mich da gar nicht aus. Aber der hat auch 7,99 verkostet. Und noch hier die Hälfte runter. Warte, mach. Das sind dann keine 4 Dollar hat der jetzt verkostet. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, das wird gut. Dann hat Herr Willi sich noch einen Gürtel. Den können wir dann teilen. Ja, ich schäme sie. Boah, wofür denn? Ja, irgendwann haben die Chefs ja die Nüttelkappen jetzt. Und? Ja, ich brauche ja auch die Nüttelkappen jetzt. Hast du was gesagt? Ja, die Nüttelkappen. Ach, Quatsch, ist mir da egal. Die Lena hat wieder geklaut, wie immer. Die Packung war weg, Mann. Jetzt die weggeschnitten. 4,99 Dollar, Kaffeemaschine. Weil wir trinken ja mal diesen anderen Kaffee. Aber ich habe jetzt auch mal wieder Bock auf so einen smoothen Kaffeemaschinen. Wir brauchen aber dann Filter. Also, Willi, wenn du das nächste Mal im Second Safe oder im Dings da bist, im Food Giant, ne? Hattest du die Nuckelpackung? Nichts komisch, ne? Die Lena hat sie rausgeholt, die Nuckel, damit sie die schon in die Hand nehmen kann. Und jetzt ist sie weg und dann hat sie jetzt gar nicht bezahlt. Mal wieder, ne? So ist die Lena. So ein kleiner Dieb, du. So, jetzt bringe ich schnell den Wagen wieder rein, ihr Süßen. Was mache ich denn jetzt hier mit den ganzen Sachen, Baby? Soll ich sie hier mal dazwischen stellen? Die denken jetzt, ich kann da nie wieder hin. Was ist denn? Ja, die finden, ja, die Pappung. Ja, aber wo ist sie denn? Guck mal in meiner Tasche. Am Ende habe ich sie auch wieder so krank, wie ich bin, äh, in... Nee, die Lena traut sich ja jetzt nicht mehr dahin. So, wenn die denken, dass sie ein Klauer ist, ne? Also warte mal, warte mal, Willi, wollen wir nicht noch mal in meiner Tasche gucken? Oh Gott, na. Mach für ein Nuckelpapier. Nein. Nein? That is weird. Das ist weird, oder? Ja, das ist ja auch noch scheiße geil. Keine Ahnung. Ach, ich gehe mir nicht so oft hin, ne? Ach, so. Also ich werde mich direkt mal umziehen. Direkt umziehen? Ja. Lena, die Kamera läuft. Ich mach's immer so. Ja, wird eh nix bringen. Meinst du auch so? Auch wenn ich sie so rumdrehe, wird man sie dabei sehen. Ja. Könnte schon sein, aber ich freue mich so über meine Hose. Ich würde sie auch am liebsten direkt anziehen, aber die passt nicht so gut. Zieh ich dann zu Hause. Ist ja auch eine Gammelhose eher, ne? Aber ich liebe ja Gammelklamotten, das ist ja mein Leben. Wie ich hier auch sehe, immer nur so komisch geschminkt, ne? Ich freue mich schon, das alles abzuwaschen. Und gut? Kannst du bitte aufhören? Achso, okay, okay. Ich will's nicht. Ich will's nicht. Boom. Vielleicht gab's auch noch dazu. Echt? Goldig. Boah, liebe Leute, ey. Das ist so schwül. Heute ist echt schwül. Okay, Leute. Und, Leila? Alles klar? Ja. Osi auch, alles klar? Opas Hut ist geil, ne? Boah, ist das süß, Lena. Guck mal, dieses Outfit hat sie sich jetzt gerade gekauft. Ich find's so süß. Es ist gewittert. Es ist gewittert. Sieht so süß aus. Äh? Ja, das Schild muss nur noch ab an der Schuhe. Guck mal, Willi, sieht das goldig aus? Oh, ja. Ne? Ja. Schnuckelig. Richtig süß. Besser wie eben. Ja, viel, viel lockerer und gemütlicher. Ja. Ganz schön. Und was hat das Outfit gekostet? Das möchte ich jetzt schon noch wissen. Also, das Oberteil war sieben Dollar. Sieben Dollar. Und die Hose? Die Hose, sechs noch was. Sechs noch was und sieben Dollar. Geil, oder? Ist doch geil. Kannst du ja nicht sagen, ne? Wir haben das ja gerne, Second Can. So, jetzt mache ich aus. Es ist gewittert und es ist... Oh, wow. Oh. We didn't know. Das ist besser als das Radio. Der Pief. Nein. Aber das ist alles das Abzugsgebiet. Mehr nicht. Mehr nicht. Ich mache es. Opsalaboy. Bis dringend. Glocke. 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 Ich mache es. Falsalaboy. Glocke. Das ist ja. Geiles Auto, guck mal. So ein Bus, das wär ja mein Traum. Guck mal, wie schön der ist, Willi, der hier. Nicht geiler, fetter Bus. Wenn du so viel auf einkaufst. Na, alles. Und hat so viel Spaß. Gell. Blute! In der Haus! Das ist aber immer bei diesen Oberteilen, ne? Die trennen nicht fast auf. Oh, 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 oh. Ich bin der Brunner, ich bin der Brunner, ich bin der Brunner. Ja, na ja. Lina, du musst dein Handy lauter machen, ich hab mir das doch. Mach mal dein Handy lauter. Geht nicht. Geht nicht. Jetzt gehen wir im Regen hier, laufen wir dann auf dem Carmes Market. Da sind die Wuem. Oh, they got home. In different infrastructure hosts. Ich habe diese kölle Tüte vergessen. Nee, hab ich sie hier in meiner Tasche. Und sie hab ich hier nicht die Dinger. Ok, gut. Vielen Dank. 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 Ich dachte, sie macht jetzt was für mich, was Schönes. Das ist ja nicht. Ist nicht dein Handy. Ist nicht dein Handy. Ich hab lange weine, keiner hat mehr Bock auf, kiffen, saufen, feiern, so ist das hier. Ich hab keinen Zeit. Ich hab keinen Zeit. Ich hab keine Zeit, außer mir soll finde an, wie war es von nach. Peng, 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 peng. Alles spielt mit Gold, jeder fährt Passag. Nur einer titilliert sich, du chang' auf dem Arsch. Keiner tanzt bei nun. St. Michael Jackson schläft Alle aufs Salat Hier irgendwo hab ich das gesehen Was? Dieses Teddysboro irgendwo Ich hab eine Weile Meine Arme Kopf drauf Wir sind so zu feiern Nur ist das hier am Pop Tag Ein Tag Ausdruck mit Drücken Nein mit Kopf und mach Fake, Fake, Fake Ja, ja Was denn? Was? She had it in her ears She was like this Do it again Und hört man das so schlecht? Fahre ich mich So kann ich Oh man Das kommt sogar mit das hier Wow, geil Cool Cool Goldene Betriebe Keiner ist mehr Gangster Keiner fällt mehr Stempel Alle gehen schwimmen Jeder steht jetzt auf der Liste Niemand geht mehr hin Keiner will mehr Baller Treffen um zu reden Keiner macht mehr Malle Alle von der Schweden Lebt die Bayern Vorm Essen, Beten Leben, kleine Träume Verbrennen die großen Pläne Alle haben den Job Hey, ich hab Langeweile Keiner hat mehr Bock Auf Kämpfen, Socken, Feiern So ist das hier im Bock Tag, kein Tag Doch da sind der Finger An dem Koppel Ist das hier im Bock Anstatt Wie ist das hier im Bock Ich hab die zweite An dem Koppel Mann, Hung 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 I feel like this son That girl's gonna make it fall Look at that Can't stop I can't stop She's ill She's ill She's got Protection I come around She'll make a run Na 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 Woooo Jetzt aber Jetzt aber Woooo Shaka 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 Thank you so much That is nice So, jetzt kann ich noch mal ein anderes Bier Warte, es nervt mich ein bisschen Ich blinke immer noch Sisse Ich werde verrückt Manche Musik ist nicht gut bei mir Autofahren und ja Alles geht nicht Vieles geht, nichts muss Und alles geht noch lange nicht Ich glaube jetzt Ich glaube sie waren jetzt in jedem Gedenklichen Beruf Ich muss dann nach links, gell Willi? Ich weiß nicht Doch Capulet High School warst du sogar schon mit mir Du Lügner Ja, ich bin jetzt Ne, hier vorne links Ich weiß Ne, noch eins geradeaus Hatte ich ja letztes Mal schon mit der Lisa Gang Noch eins geradeaus und dann links Gelle Glaub ich Glaub ich Das ist jetzt ein geiles Lied Oder was? Meint ihr ernst, ne, die Lena? Sorry Das ist geil Das ist so Johnny Ja das ist auch schön, aber Oh Johnny Ja dann kannst du dich vermissen Oh Johnny Ja das mag ich auch Aber immer diese langen Intros, ne Ja Da vorne an der Ecke Da vorne an der Ecke Meine Mutter eine riesen Schlampe Besitze gerne Energiesparrampe Wer will ich feiern? Ja ich, Wodka Warum hast du kein Gewissen Oh Johnny Ja dann kannst du dich verpissen Gell da vorne links, gell, das ist es Ehhhh Wow Der Tod war nah Ich weiß aber auch nicht was das soll, ne Der war ja noch gar nicht dran, der Typ I don't get it Schlimm Oh Johnny Fast ein Unfall Nur wegen Johnny Ja nur wegen Johnny Als ich unkonzentriert bin Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch Ich doch nicht Oh ja Na los Oh 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 Johnny Warum hast du kein Gewissen Oh Johnny Ja dann kannst du dich verpissen Oh Johnny Oh Oh Johnny Wie du das ie Oh Johnny Warum hast du kein Gewissen Oh Johnny Ja dann kannst du dich verpissen Freust du dich? Wieder. Was dann? Freust du dich? Wussten wir nicht da rüber? Nee, wieso denn? Das letzte Mal habe ich hier geparkt. Da war es voller, weißt du? Wir können ja drei Schritte laufen, oder nicht? Wir haben noch einen Kinderwagen dabei. Oder? Ja. Du musst es in das? Nein. Du musst es in das? Wollte ich versuchen oder was? Ich habe noch nicht versucht, denn das letzte Mal war es so cool. Und ich möchte es nicht umdrehen. Und ich denke, walking ist gut für uns. Walken, wenn du... Das ist fertig, oder? Aufhau. Ja, dann machst du aus. Wenn es so richtig geil wird, ne? Was gehst du denn jetzt mal? Oh, Johnny. Guck mal, schau dir hier rein. Du machst ja das. Du siehst so goldig aus. So, hier wieder eine ganze Tüte voll Möhren. Heute geile Bio-Zitronen, Radieschen. Da müssen wir jetzt fahren, ne? Ja, da müssen wir jetzt fahren, ne? Ja. Bananen, Tomaten, Gurken. Und hier wieder das Fleisch und diese Eier. Und für alles habe ich bezahlt 26 Dollar. Ja, das ist... Ich kann das selber gar nicht glauben. Also das ist echt super. Ich habe jetzt jeden Donnerstag hier hin. Und dann können wir uns echt ein bisschen besser ernähren, als dieses ganze industriell verarbeitete. Und das ist ja hier... Diese Tüte ist alles Bio, das hier jetzt nicht. Aber ist ja local gewachsen. Das reicht mir dann auch schon. Das finde ich schon geil, wenn das lieber von Amerika hierher geschippert wurde, ne? Wo kommt denn der hin? Haha. Geil. Eine runde Flippern hier im Auto. Leila hat ihr mega geile Schäber. Ist dir schon schlecht? Nope. Aber weißt du was? Das ist nicht so bunt, ne? Es schmeckt gut. Das schmeckt auch ein bisschen natürlich. Ich finde es gar nicht so schlecht, ey. So, das räume ich jetzt mal hinein, mal eben, ne? So. Und hier, hast du mein Wallet? Und hier, hast du jetzt hier in Santa Maria? Oh, mein Arsch. Ich mach das doch so mal mit, oder egal? Dann machst du die Füßchen halt ein bisschen drauf. Ne, da freut sich immer hier aus. Die Tüte war auch freudig aus, ne? Ihr Schnuckis. Jetzt habe ich gar nicht diesmal die Musik gefilmt, ne? Waren wieder diese süßen Opfers wieder so süß Musik gemacht haben. Ach, Mensch. Guckt euch das doch mal an. Ist das noch normal? Das ist das Auto von einem Hoar da. Glaube ich. Sieht aus, als würden wir drinnen leben. We do. We kind of. So. I spy with my little eye. So. Ganz schnell. Und dann, was brauchen wir denn? Ich könnte kotzen. So. Mal wieder warte ich hier, ne? Bei unserem Lieblingschef. Dann kann ich jetzt mal so ein Auf Wiedersehen Video machen. So für ein Ende, ne? Ich kann meine Videos enden immer so abrufen. Lola. 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 So einen Brille brauche ich eigentlich gar nicht. Ich muss mal sagen, ne? Lola. Was denn, Baby? Wartest du auf die Mami? Wenn ich mal reich zuhause bin, mache ich das auch ins Spiel hier. Guck mal hier, mein Handsome Puzzband. Leila. carries lauvar. Leila. Leila. What kind2 Kinder bitte ist das? Yang Hanzome Dauraduch. Yum. Yum,42. Hey Curly. Hey. How are you? Good and you. 's good, und you. Tschüss. Bye,bye, Adearez, muchachos. Bye,bye,bye,bye,bye. Bye bye. Bye bye. Und sie sagt bye bye. Bye bye. Oh, jetzt hab ich hier gerade...